Hallo zusammen! Zum Glück geht es mir wieder etwas besser, trotzdem habe ich es nicht geschafft und werde es heute auch nicht schaffen, ein Skat-Video für euch zu machen, außer diese kurze kleine Ankündigung, denn am Wochenende ist Bundesliga-Finale, die letzten beiden Spieltage der ersten Herren Bundesliga und da fahre ich direkt nach der Arbeit hin, das heißt, heute habe ich einfach keine Zeit. Ich möchte euch aber insofern auf dieses Wochenende einmal einstimmen, indem ich euch erst noch mal den Zwischenstand der Tabelle zeige. Eurosgar Treuchtling führt im Moment das Feld, meine Elmenhorster sind aktuell auf Platz 4, 4 Punkte zurück, aber wir spielen noch gegen zwei der vor uns liegenden Mannschaften, sowohl gegen Essling als auch gegen Treuchtling, kann also noch eine spannende Kiste werden und die Live-Ergebnisse werden mal wieder über Skat-Guru übertragen. Link packe ich euch unten rein, könnt ihr also das ganze Wochenende quasi uns stalken, die 80 Spieler ungefähr, die da in der ersten Bundesliga um den Titel kämpfen. Ansonsten bleibt mir dann heute nur zu sagen, beschäftigt euch mal mit dem Rätsel, extra natürlich heute ein besonders kniffliges, damit ihr euch nicht langweilt. Ich denke, da habt ihr ganz gut dran zu beißen, so ging es mir zumindest, als ich mich das erste Mal mit dieser Verteilung beschäftigt habe. Damit sage ich Tschüss, wünsche euch ein schönes Wochenende und wir sehen uns dann bald, wenn ich hoffentlich auch von diesem Bundesligaspieltag das eine oder andere zu berichten habe.